Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge, aber die ist nur einmalig. Ich werde euch heute mit ins SK Rapid Wien-Stadion, ins sogenannte Allianz-Stadion mitnehmen. Heute ist das internationale Testspiel gegen den Hamburger Sportverein und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Vlog. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.